Du bist mindestens 16 Jahre alt, hast jede Menge Spaß in der Gruppe und in der Natur. Du scheust nicht vor körperlichen Herausforderungen zurück und kannst dir vorstellen, dein Gepäck 20 Kilometer auf dem Rücken zu tragen. Dann komm doch mit auf die Wanderwoche der Freunde der Oase. Vom 24. Juli bis 1. August 2015. Start ist in Winterberg. Von dort aus geht es über Umwege zur Abtei Königsmünster in Meschede. Wir freuen uns auf dich! Wir freuen uns auf dich!